wofür glaubst du denn feiern dich die leute was soll ich dir dazu sagen weil ich einfach die ganze die ganze das ganze konstrukt warum findest du chanel geil warum findest du eine goldene rolex geil das ist jetzt meine frage also du glaubst einfach das thema ist also ich sag's mal goldene rolex roter ferrari jeremy fragrance das war meine intention deswegen habe ich auch eine goldene rolex und roten ferrari weil ich möchte der best in meiner disziplin sein und menschen möchten sich gerne mit dem besten identifizieren weil das streben danach ist richtig nach oben zu gehen wie eine pflanze du willst wachsen und dann guckst du eben okay das ist der experte dafür das ist fc bayern ist der geilste fußball club deswegen nehme ich den oder so und ich vermute das streben nach dem maximum ist doch etwas was synth鞋 gewesen und das verbrauch Andreas geht so kurz voll